44.000 Menschen Mindestens so viele sind gestorben beim Versuch nach Europa zu flüchten. Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, Babys. Die meisten ertranken im Mittelmeer. Das bleibt ein Skandal. Wir trauern. Wir protestieren. Am 5. und 6. Juni hier in St. Laurenzen. Wir nennen die Verstorbenen beim Namen. Wir lesen ihre Namen vor und benennen die Umstände ihres Todes. Wir schreiben ihre Namen auf Stoffstreifen und hängen sie an die Aussenfassade der Laurenzenkirche in St. Gallen. 44.000 Menschen, 44.000 Namen, das sind viel. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Du willst wissen, wie du mitmachen kannst? Geh auf kbsg.ch beim Namen nennen. Het ist für dich. Das ist für dich.